Wir haben noch ein Meisterpaar heute auch bei uns und er beschäftigt sich seit Jahren mit nur einem Tanz und mit der Tanzgeschichte. Wir müssen aus den 80ern oder fast 90ern zurückspringen in die 50er und 60er Jahre. Und da gab es nur eine Tanzbewegung, die machte die Welt verrückt, das war der Rock'n'Roll. Wenn er mal Zeit hat, das ist bei ihm das Problem und ich freue mich, dass er heute da ist. Ich weiß nicht, wo er immer rauskommt, nach unten herkommt er immer, der Louis Angelin und seine Partnerin Susanne. Da kommen Sie mal, über die Bühne. Ja, den meisten, gar nicht den meisten, aber etlichens schon ein Begriff. Die beiden in Berlin, in Flensburg, die Boogie-Meisterschaften gewonnen. Und jetzt sind wir wieder bei uns, kommen aus Braunschweig. Die beiden in Berlin, in Flensburg, die Boogie-Meisterschaften gewonnen. Die beiden in Berlin, in Flensburg, die Bühne sind finansierende als kannst. Die handelaten in Bühne sind immer noch über die Bühne. Die beiden in Berlin, in Flensburg, die Boogie-Meisterschaften gewonnen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020